Hi Leute, ich möchte der Pepper für dieses süße Tic-Tac-Toc-Fibül, was die Anna so im Internet gepostet hat, nämlich auch für sie, beibringen. Gerdekantkunde, schlimm, ich bin schlimm, was das angeht. Beibringen, dass sie sich freut, so ein bisschen, dass sie nur eins nehmen soll. Und da geht es darum, dass man dieses eine Nehmen mit etwas Hochwertigerem belohnt, als mehrere fressen. Also ich mache danach, dann lasst sie was spielen. Also sprich, nimm ein bewegtes Leckerchen, fang erst mal eins an. Lohnen sie erst mal fürs Warten. Super, genau. Nimm eins, nimm eins, so. Die Suche ist so aufgebaut bei mir, dass die Pepper dann losgiegen darf und das auch vom Boden draufnehmen darf. Warten, jetzt hat sie schon gedacht, vielleicht schmeiß die wieder. Das ist schon mit dem Sucher. Nimm eins, nimm eins, so. Jawoll, such der Gute. Gut, sehr gut. Nimm eins, suche. Stopp. So, die wird auch fürs Stoppen belohnt. Jetzt mache ich mal das Ganze mit vier. Warten, warten. Ja, warten natürlich schon. Wenn ich jetzt Sorge hätte, dass die Pepper mir zu nahe ist, dann schiebe ich sie nur noch zurück. Es geht mir schon darum, dass der Hund lernt auch dieses Warten, oder während ich das auslege. Dann nimm eins, so. Ja, oh, jetzt hat sie gebunkelt. Jetzt konnte sie wirklich fressen. Stopp. Sehr gut. Nimm eins. Super, such. Stopp. Sehr gut. Nimm eins. So. Jetzt kommt das so, 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 so. Sehr gut. So, jetzt versuchen wir nochmal das Endstadium. Also mit noch mehr Leckerchen warten. Sehr gut. Das heißt, wir legen hier noch mehr hin. Das hatte ich jetzt noch nicht ausprobiert. Wir nehmen erstmal sechs. Ich muss ja nicht übertreiben hier, ne. So, halt. Nimm eins. So. Ich würde trotzdem erstmal dabei bleiben, dass der Hund, ähm, stopp. Sehr gut. Nimm eins. Super. So. Jetzt hat sie auch einfach irgendeins genommen. Das ist vollkommen okay. Stopp. Sehr gut. Nimm eins. So. Sehr gut. Stopp. Jetzt kommt noch kleine Abdenken dazu, der Kater. Nimm eins. Der führt übrigens zu Druckerhöhung. Seht ihr die Rute von der Peppa? Stopp. Weil vielleicht will der was von ihren Keksen. Nimm eins. So. Das haben wir auch gemeistert. Stopp. Sehr gut. Nimm eins. Sehr gut. So. Hat sie gut gemacht. Und ganz am Ende kriegt sie noch etwas Spiel. Jupp. Juhu. Jawoll. Juhu. Jawoll. Juhu. Juhu. Und dann wird noch mal mehr Pisti. Und juhu. Super gemacht. Super gemacht. Und super gemacht. Juhu. In die Büsche. In die Büsche. wird das auch da hinlegen.